Ich finde es persönlich sehr wertvoll, dass man in der Vorlesung selbst eine Klassengröße hat. Das heißt, man kann einfach Fragen stellen in der Vorlesung oder dass man danach ganz persönlich zu dem Professor hingehen kann oder eine Mail schreiben kann. Und ich finde es richtig gut, weil das Studium ist herausfordernd und man steht am Ende mit seinen Fragen nicht alleine da.